Heute tauchen wir mal ein spannendes Thema ein und zwar eine These und eine Antithese. Zum einen die These, die ich auch gerne selber vertrete, dass ich Sales and Operations Planning, Richtung Integrated Business Planning, später vielleicht Integrated Value Planning weiterentwickeln sollte, weil die Technologie sich immer weiterentwickelt, weil immer mehr auch Außeneinflüsse auf die Unternehmen kommen und immer vernetzter auch mit Lieferanten und Kunden vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten sollte und auch kann, vielleicht auch muss. Das ist die These, die Antithese. Und da habe ich einen ganz tollen Beitrag gelesen, den ich euch auch in den Shownotes unten mal verlinken werde. Und zwar ein Beitrag von Patrick Bauer oder Bauer, sorry, falls ich falsch ausspreche. Und das ist ein englischer Beitrag, Bewerf SNOP Overreach. Also da geht es wirklich darum, er vertritt doch die Meinung und ich habe da sehr, sehr viel Sympathie auch für, dass SNOP eher integrativ sein sollte, als irgendwie immer größer wachsen sollte und den ganzen Planungsprozess im Business einnehmen sollte, sage ich mal, in Besitz nehmen sollte. Und da möchte ich mit euch kurz drüber sprechen. Und ich möchte vor allem auch mal gerne eure Meinung wissen, auf welche Seite schlagt ihr euch, wie können wir vielleicht von der einen Stufe auf einen höheren Reifegrad kommen, um vielleicht dann doch auch, was ich in der These vertrete, Richtung Integrated Planning, Integrated Value Planning etc. zu gehen. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du wieder beim Supply Chain College vorbeischaust oder reinhörst. Fangen wir doch direkt mit der These an und ich werde ja eine kleine Videoserie starten. Ich habe das beim letzten Video-Podcast schon gebracht, Rethinking Supply Chain von Bram Desmet. Und ich bin ein großer Anhänger und befürworte aus einer, nenne ich es jetzt mal These, dass ich die immer komplexer werdende Welt, ich habe ein bisschen darüber gesprochen, sein goldenes Dreieck oder magisches Dreieck, Service Cash Kosten, dass es jetzt mit Environmental Ceiling und Social Foundation mehr oder weniger angereichert wird und damit immer mehr Parameter bewerkstelligt oder gemanagt werden müssen. Ich sage auch mal nur auf der legislativen Seite, Gesetzgeberseite, kommen ja auch so Themen wie die Lieferketten-Sorgspreis-Pflichtengesetze oder auf europäischer Ebene das oder der Supply Chain Due Diligence Act zum Tragen. Das sind mal nur so ein, zwei Beispiele jetzt, dass da immer mehr Druck in die Supply Chains reinkommen oder in die Unternehmen besser gesagt und dann die Supply Chains müssen sie im Endeffekt, vor allem die Supply Chains sollten das dann managen. Ich sehe aber auch immer mehr, wenn wir jetzt auch im eigenen Unternehmen mit Advanced Planning Software Lösungen, mit künstlicher Intelligenz, die von vielen Anbietern jetzt auf den Markt kommen, wo man wirklich riesen Datenmengen absaugen kann, entsprechend aufbereiten kann, dass man da dann auch Entscheidungsintelligenz mehr oder weniger fördert, dass halt Tausende, vielleicht Millionen von Entscheidungen schon automatisiert getroffen werden müssen, dass da gar keine Menschen mehr hinterher gehen müssen und dadurch wir dann als Mitarbeiter, egal jetzt welche Hierarchieebene, Mitarbeiter, Führungskräfte uns eben auf noch wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können, gerade jetzt im Fachkräftemangel etc., wenn die Unternehmen immer mehr in der Kostendruck auch geraten, effizienter werden sollten und so weiter und so fort. All das sind Themen, wo diese Tools helfen können, wenn man den Reifegrad hat, damit zu arbeiten und vielleicht auch die finanziellen Ressourcen hat, diese Tools zu implementieren. Und Bram vertritt eben in seinem Buch und wie gesagt, ich werde da noch einzelne Videopodcasts zu machen und das mal sauber auszuarbeiten. Ich habe mir jetzt schon ganz viele Notizen gemacht, ich bin fast durchs Buch durch. Ich habe natürlich Bram auch in Brüssel letztens getroffen, ich hatte Bram bei einer Keynote bei uns im eigenen Unternehmen eingeladen, dass er mal über das Thema spricht, wie er denn von der, er hat es so ein bisschen genannt am Anfang, S&OP 1.0 auf S&OP 2.0 kommt, was sich jetzt geändert hat die letzten 14, 15 Jahre in seinem Vision Paper. Und wie gesagt, da kommt noch viel mehr. Also heute geht es erst mal darum, so ein bisschen These, Antithese euch vorzustellen, so ein bisschen Gedanken anzuregen, dass auch nicht das eine oder andere unbedingt richtig sein muss. Und er hat eben dieses achtstufige, und das zeige ich euch auch später mal, das machen wir mal auf in einem anderen Videopodcast, er hat auch so ein achtstufiges Maturity Assessment, so ein bisschen so eine Beurteilung des Reifegrads im Unternehmen rausgegeben. Und die erste Stufe, ich gehe jetzt nicht durch alle durch, das malen wir mal in Ruhe auf auf dem Whiteboard und erklären jede Stufe. Vielleicht lade ich ja, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, vielleicht Bram auch mal ein für einen englischen Videopodcast. Aber die erste Stufe ist eigentlich so ein bisschen Service, Kosten, Kapital, alles ist disconnected. Die Mance Supply, vielleicht gibt es gar keine richtige Planung. Man ist sehr, sehr reaktiv unterwegs, wenn irgendwas im Markt oder auf der Herstell-Beschaffungsseite und so weiter passiert. Oder wenn ein Feind um die Ecke kommt und ein Cashflow-Inventory, was auch immer Thema gibt. Dann geht es so weiter. Die meisten Unternehmen, glaube ich, befinden sich heute in dieser kollaborativen Stufe, die er jetzt mal Stufe 4 nennt. Das ist so ein bisschen, da hat man Bestandspläne, Forecast, also Absatzpläne, Lieferpläne und so weiter, hat man in Menge, aber auch in Geld, also in Euro, Dollar, Schweizer, Franken, was auch immer eure Währung ist, in den Unternehmen. Versucht das ein bisschen zu verknüpfen. Fängt auch an in den jährlichen Budgetdiskussionen, falls ihr noch jährliche Budgetzyklen habt, wenn ihr ein bösen geführtes oder notiertes Unternehmen seid, immer mehr zu verknüpfen, die Gaps zu verstehen. Dann geht es eigentlich auf ein bisschen den Punkt, den ich persönlich unter Integrated Business Planning verstehe, als Weiterentwicklung vom SNOP. Das dann wirklich, wenn man versucht, heavy diesen Financial Planning Analysis Prozess mit dem SNOP-Prozess, den klassischen zu verknüpfen, dass man eigentlich, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht einen Plan hat, aber dass man eine Basis, vielleicht ein Fundament hat und dann darf man vielleicht auch, je strategischer man wird im Unternehmen, bei einer finanziellen oder bei einer Businessplanung auch abweichen, sollte aber die ganzen Risiken, Opportunitäten, also die Abweichungen auch dokumentieren und erklären können jederzeit. Und immer mal wieder die Annahmen prüfen, ob die Abweichungen noch gerechtfertigt sind oder nicht und wann man auch etwas von einem strategischen Plan, auch mal einen operativen Plan im SNOP dann umsetzen sollte. Und dann wäre letztendlich dann irgendwann der achte Schritt, da sind aber eigentlich alle Unternehmen noch meilenweit weg, aber man sollte sich ja irgendwann mal auf die Reise machen, um irgendwo anzukommen, mitbewerbsfähig zu bleiben, nennt er dann Orchestrate oder Orchestrate, sorry, ganz schlechtes Englisch gerade, im Sinne von über Marketing, über Sales, sogar HR-Prozesse, Promotionsplanung, wenn ich jetzt Marketing erwähne, dass man es dann alles natürlich mit der Finance und Supply Chain Planung verknüpft und orchestriert und aufeinander abstimmt. Und das ist natürlich die Frage und da werde ich auch mit Bram nochmal ein bisschen sprechen müssen, Wie stellt er sich das vor? Heißt das wirklich, es gibt dann eine unternehmensweite Planungsabteilung, die dann weit über die Supply Chain hinausgeht, also eine Business-Planungsabteilung, die dann wirklich alles macht oder ist es eine reine koordinative Abteilung und die Subprozesse sollten einen hohen Reifegrad erreichen, sodass man dann über diese Planungsabteilung sich besser integriert und abstimmt? Das wäre jetzt für mich ein Fragezeichen. Was meint ihr dazu? Kommentiert doch mal, lasst mich gerne mal eurer Meinung nach wissen. Bram hat mir auch mal auf dem, für die, die auf YouTube schauen, kann ich auch mal ein Screenshot von seiner Antwort auf einen meiner Posts mal geben, wo er mir auch, und ich gucke jetzt ein bisschen an der Kamera vorbei hier mal und er muss nebenbei schnell von Englisch auch auf Deutsch übersetzen, wo er eigentlich so mit den klassischen Beispielen begonnen hat, die ich auch immer wieder in der eigenen Karriere gesehen habe. Früher die taktische Planung, die Mittelfristplanung, Mass-Production-Scheduling, das war ja früher, und wenn ich früher sage, vor 2010 in vielen Unternehmen noch in den Produktionsstätten angesiedelt, wenn wir jetzt mal auf reine Inhouse-Produktion uns konzentrieren, um ein einfaches Beispiel zu machen. Über das weitere Ausrollen, Fortschreiten der ganzen modernen Planungssystem, Software-Advanced-Planning-Systeme, wie damals SAP APO zum Beispiel, und da gibt es ja ganz viele andere Anbieter auch, die diese Softwares anbieten, hat man ja nach und nach Planungen zentralisiert, und oftmals in vielen Unternehmen, gerade in den Konsumgüterunternehmen, Planungen zentralisiert. Und man hat eigentlich nur noch die Feinsteuerung in der Produktion zum Beispiel, macht vielleicht noch ein bisschen Materialabrufe und den Rest hat man zentralisiert. Die taktische Planung, die Kapazitätsplanung, Netzwerkplanung. Und das konnte sich damals auch keiner vorstellen. Oh, wie kann dann jemand, der nicht vor Ort sitzt, die Technologie nicht perfekt versteht, wie kann dann die Person überhaupt einen guten Plan erstellen? Aber man hat vielleicht auch gelernt, auf der positiven Seite dann, hm, dann kann ich mich ja am Standort vielleicht auf die Execution konzentrieren, qualitativ gute Produkte herstellen, einen guten Output, also den Plan auch wirklich umsetzen, nicht permanent abzuweichen. Ich habe dann, wenn ich im Werk bin, zum Beispiel auch nicht permanent, die ganzen Vertriebsorganisationen am Hals, ich habe weniger mit dem Projektmanagement zu tun, bei Einlauf- und Auslaufsteuern von Produkten und so weiter. Also man hat auch dann vielleicht über die Jahre lieben gelernt, dass es doch auch Vorteile gibt. Und Bram challenged eben auch in seinem Rethinking Supply Chain Buch, was er mir in dem Beitrag oder in dem Kommentar auch geschrieben hat. Lass uns doch die gleiche Perspektive mal für die Zukunft, für die anderen Funktionen, Sales, Finance, Marketing zum Beispiel einnehmen. Also auch da kann das jemals funktionieren. Und wir haben ja so nie gearbeitet, so diese klassische Denkweise, die Blockade-Denkweise. Und wir sollten auch mal drüber, mal wirklich auch mal loslassen von unseren eigenen Funktionen und mal drüber nachdenken, was könnten denn die Benefits sein? Natürlich auch, was könnten die Nachteile sein? Aber vor allem mal auch positiv auf die Vorteile mal geschaut. Also wie können wir dadurch agiler werden? Können wir dadurch eine niedrigere Voreingenommenheit haben? Also auch im Sinne von, er nennt es auf Englisch, oder könnte man so ein bisschen Gamification in den Plänen rauszunehmen? Also, wie sagt man das? Auf Englisch klingt das schöner, so ein bisschen Sandbacking zu machen. Das heißt, der Vertriebler wird zum Beispiel bei dem Geschäftsführer gegenüber eher sagen, ich glaube, ich werde nur eine kleinere Menge erreichen können, zum Beispiel mit diesem Account oder bei diesem Portfolio. Gegenüber der Supply Chain sagt der Vertriebler dann vielleicht aber, nee, 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 ich brauche aber 120 Prozent der Menge, ohne das jetzt so auszudrücken. Also da geht er eher in das andere Thema. Und das sind dann die Spielereien. Der Supply Chain kriegt einen hohen Plan, dass man ja immer genug Produkte verfügbar hat. Richtung wiederum kommerzielles Management, Geschäftsführung gibt man eher niedrigen Plan ab, der vielleicht nur 80 Prozent des eigentlichen Volumens beinhaltet, sodass man vielleicht auch seine Bonusziele besser erreichen kann, weniger unter Druck ist, was auch immer. Das könnte man so ein bisschen Gaming in the Plans ein bisschen als Beispiel nehmen, was Bram jetzt hier in dem Kommentar, den ihr auf YouTube seht, falls ihr das Video guckt, gemeint hat. Und eben, er challenged halt, könnten wir nicht alle Unternehmensplanungsfunktionen nicht in eine übergreifende Integrated Value Planning Einheit, Funktionen, Poolen zusammenfassen. Und ich mag den Gedanken total. Und wie gesagt, in seinem Buch, seinem neuesten, geht er da ausführlich drauf ein. Und wir werden ja, wie gesagt, noch einige Videopodcasts dazu aufzeichnen, sodass ich das nach und nach mit euch auch ein bisschen das Wissen aufbauen kann. Das ist die These. Und ich glaube auch, langfristig sollten wir uns sehr stark damit beschäftigen. Jetzt kommt die Antithese. Die Antithese von Patrick Bauer, wie ich im Intro gesagt hatte. Und auch da habe ich eine riesen Sympathie für. Weil, ich lese mal kurz ein bisschen vor, ich habe mir ein bisschen zusammengefasst, hier in dem Word-Dokument, was er eigentlich in seinem Artikel bei ibf.org geschrieben hat. Und wie gesagt, Link ist unten in den Shownotes. Dann könnt ihr selber mal euch mit Patrick auf LinkedIn verknüpfen. Also wie gesagt, sein Beitrag. Und er hat generell schon richtig coole Artikel auch veröffentlicht oder hat auch eine interessante Meinung. Und den meine ich positiv, wenn ich interessant sage, zu vielen Themen. Und zum einen, ja, sieht er auch, SNOP auch jetzt gerade nach der Covid-Pandemie etc. hat wieder sehr stark an Relevanz gewonnen. Auf der anderen Seite, auch da, wenn ich von Supply Chain Insights von Laura Cesaray die Statistiken lese, gibt es aber immer noch ganz viele Probleme, die 2015 schon in ihren Umfragen rauskamen und Anfang der 20er-Jahre, 2020er-Jahre wieder in den Umfragen rauskamen. Also wir scheinen uns nicht so richtig weiterzuentwickeln in manchen Punkten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, meine Interpretation, die Pete Patrick hier einnimmt. im Sinne von, dass er sagt, ja, es gibt einen Trend, den SNOP, den S-Operation Planning Prozess, aufzublähen, zu erweitern, also eine breitere organisatorische Prozesslandschaft abzubilden, wie eben Financial Planning Analysis, Produktmanagement, noch stärker mit rein zu integrieren. Aber er sagt auch, oder er fragt auch im Laufe seines Artikels, ob das wirklich zielführend ist. Er argumentiert dann ganz stark gegen diese Überdehnung vom SNOP-Prozess. Er sagt eben ganz klar, SNOP sollte nicht alle Planungsprozesse verwalten, sondern SNOP sollte eher die anderen Planungsfunktionen, wie eine Finanzplanung, Budgetplanung, Produkteplanung, Portfolioplanung, Promotionsplanung, Marketing, Kundenplanung und so weiter integrieren. Weil er meint eben, sonst wird es zu überschaubar, es wird zu komplex und wir haben ja alle und dann muss ich ihm leider zustimmen, auch wenn ich mit vielen Supply Chain Experten, Führungskräften in meinem Netzwerk spreche, auch aus der eigenen Erfahrung, man ist mal hier und da weiter, dann hier und da vielleicht auch nicht so weit, im Reifegrad, sind wir vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können oder uns zumuten sollten, jetzt andere Unternehmen ins Planungsprozesse zu integrieren, weil wir glaube ich, vielleicht den Supply Chain Planungsprozess auch noch nicht so gut im Griff haben oder allein den Sales Planungs, den Demand Planning Prozess, die Sales Abstimmung, Market Intelligenz richtig zu verarbeiten, den Vorkastplänen und so weiter, können wir sicherlich einiges besser machen und sind da heute schon sehr, sehr stark angreifbar als Supply Chain Führungskräfte. Ob das nur an der Supply Chain liegt, vielleicht auch am Vertrieb und wie wir Marktinformationen verarbeiten, das ist eine andere Frage. Ich glaube, das liegt vielleicht eher daran, aber es ist nur meine Meinung. Er sagt dann eben, SNOP sollte integrieren und nicht der oder die Eigentümerin, sage ich mal, werden von den anderen Prozessen. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass die SNOP-Managerin, der SNOP-Manager in all diesen anderen Planungsfunktionen einen Sitz am Tisch hat, einen Sitzplatz am Tisch hat, ja, dass man in der Budgetplanung die mit absegnet, dass man in den Innovation Boards sitzt, wenn über Auslaufsteuerung oder Produktauslauf, Exit oder auch Einphasen im Stage-Gate-Prozess von neuen Produkten entschieden wird und gesprochen wird, dass man auch darauf reagieren kann, wenn sich ein Business Case ändert, dass man das direkt reinkippen kann in den SNOP-Prozess als, ich nenne es jetzt mal, Vermittler, Botschafter und sagt, Achtung, das hat vielleicht den Effekt auf die Kapazitätsbedarfe, es hat den Effekt auf die Material-Rohstoffbedarfe und so weiter. Und er sagt eben auch, das, was ich gerade angesprochen hatte, Reife, Fokus von SNOP lässt noch zu wünschen übrig und wir sollten uns vielleicht erst mal darauf fokussieren, wenn man dieses alte Gartner-Modell oder so verwendet, das 5-Punkte-Gartner-Modell, vielleicht erst mal den so auf dem 4er, 5er Reifegrad zu bekommen, um dann vielleicht mal, also so sagt er es nicht, das sage ich jetzt, um dann vielleicht mal in die mehr moderne Richtung, die Brahmin sein im neuesten Buch beschreibt, zu gehen. Was schreibt ihr hier noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Mal kurz durchgehen. Genau. Die Rolle vom SNOP-Leiter-Manager besteht darin, verschiedene Planungsprozesse zu koordinieren und in eine einheitliche und auf Auswirkungen basierende Diskussion zu integrieren. Genau, das habe ich, glaube ich, schon gesagt gerade. Und eben nochmal, Schlüssel zum Erfolg vom SNOP liegt eben nicht in der Erweiterung des Umfangs, sondern in der Verbesserung der Kommunikation und der Teilnahme über alle Funktionen hinweg. Und er sagt eben, wenn wir uns darauf fokussieren, dann werden wir weiter noch für die Unternehmen weiter wirksam, wertschöpfend einen Vorteil, sag ich mal, erreichen können. Eben Prozesse effektiver integrieren, klarer kommunizieren mit allen Teilnehmern und Stakeholdern. Und wir sollten uns nicht zu sehr mit diesen ganzen, ja, nicht zu sehr anmaßen, eben auf Finance und andere Unternehmensprozesse, da jetzt, wie sagt man, übergriffig zu werden in diese Richtung, weil wir sonst vielleicht nicht mal mehr die Basis im Griff haben und uns vor lauter Integration von Planungsprozessen vielleicht auch verzetteln und überhaupt nichts Gutes mehr auf die Reihe kriegen. Das ist so ein bisschen die Antithese. Wie gesagt, lest mal den Artikel, da sind noch viele Beispiele drin, ich finde das sehr, sehr gut auch geschrieben und anschaulich, das sind ein paar Seiten, also ein paar wenige Seiten, das ist wirklich gut zu lesen, könnt ihr euch als PDF runterladen und irgendwie im Zug, im Bus oder so mal, mal schnell durchlesen. Und wie gesagt, ladet euch mal ein paar Assessments runter, um mal euren Reifegrad zu bewerten. Ich habe auch schon versprochen, ich mache auch mal einen Videopodcast zu, wie ich zum Beispiel in der Vergangenheit mit den Teams solche Reifegrad-Assessments, mit Schössich-Assessments gemacht habe. Wir machen das auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber haben wir das gerade gemacht, solche In-House-Self-Assessments und später kann man sich dann mal einen Consultant holen, um nochmal ein objektiveres Bild zu bekommen. Das schadet sicherlich nichts und je nachdem, wo ihr da steht, könnt ihr euch ja eher die Antithese einnehmen oder wenn ihr sagt, hey, wir sind schon super fortschrittlich, wir haben schon eine Systemlandschaft, die integrativ ist, die zwischen Supply Chain, Finance und anderen Funktionen, Marketing für die Promoplanung, was auch immer, wenn das bei euch in der Branche relevant ist, integriert werden kann, dann könnte vielleicht sogar weitergehen. Und vielleicht ein letzter Punkt nochmal, da bin ich extrem gespannt, was auch die Zukunft bringt. Ich glaube, es gibt immer mehr Anbieter, gerade im Decision Intelligence Bereich, die die funktionsübergreifenden Software und Tools anbieten, also alles unter diesem KI, Künstliche Intelligenz Deckmantel, was es wirklich bringt, wird die Zeit zeigen. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen irgendwie, dass eine Firma wie zum Beispiel SAP, Oracle, also die ganz, ganz großen, Blue Yonder, OMP, Kinexus, dass die Planungslösungen anbieten, die schon deutlich über die Supply Chain hinausgehen, die voll integriert sind. Da ist es jetzt zum Beispiel so, ich kann jetzt da nicht zu viel hier offen reden, aber in unserem eigenen Unternehmen, bei dem ich gerade angestellt bin, als Planungsleiter global, machen wir auch gerade einen Rollout von einer neuen, moderneren Planungssoftware und alles, was so ein bisschen links, die Linksrichtung Finance betrifft, die bauen wir zum Teil jetzt selbst rein mit kleinen Logiken, dass wir wenigstens die Gaps ein bisschen besser zwischen Finanz- und Volumenplanung verstehen. Wenn man aber eine gescheite Financeplanung machen möchte oder auch strategische Unternehmensplanung machen möchte, dann braucht man vielleicht auch Software, nenne ich es jetzt einfach mal, die auch die verschiedenen Welten vereint, ohne das eine oder andere auch kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, ob es diese, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen frech eierlegende Wollmilchsau, ob es es überhaupt schon gibt oder geben kann und wird in Zukunft. Wenn es sowas irgendwann mal geben sollte mit dem Fortschritt, dann macht es natürlich auch den Weg frei, dann um auf die nächsten Reifegrade, Reifestufen zu gehen, die wir ganz am Anfang in der These, zum Beispiel in Brahms 8, 8-Stage-Modell besprochen hatten. Was ich euch vielleicht auch noch jetzt ganz, ganz zum Schluss mitgeben könnte, das ist auch spannend, da will ich auch, das habe ich auf meiner To-Do-Liste stehen, auch mal einen Videopodcast zu machen. Ich lese mich jetzt sehr, sehr stark in das Thema Inside-Out versus Outside-In-Planning ein. Also Inside-Out sind die klassischen Planungsprozesse, die so ein bisschen Manufacturing-Driven angefangen haben, also in Produktion so Supply-seitig angefangen haben, dann hat man das ein bisschen Richtung Vertrieb und dann Richtung Businessplanung, also ein bisschen wie so die Schnecke von innen nach außen gedreht, aber man sagt eigentlich heute immer mehr, oder ich lese da sehr, sehr viel drüber, dass die Experten sagen, man sollte eher Outside-In-Driven sein, das heißt Demand-Driven, ich mache bewusst Englisch, weil auf Deutsch liegen die ganzen Ausdrücke ein bisschen schräg, man redet so eigentlich auch nicht in einem Unternehmen, dass man einen Demand-Driven-Ansatz hat, dann Market-Driven und daraus sich dann eigentlich die ganzen Business-Benefits ableisen, also so ein Schneckenhaus von außen nach innen reingedreht und dadurch viel, viel stärker mit externen Daten arbeiten sollte, mit Kundendaten oder auch vielleicht sogar Lieferantendaten arbeiten sollte und diese Informationen sollten den Planungsprozess anreichern als die klassische interne Sichtweise, die auch in vielen Systemen und Prozessen heute noch Anwendung findet. Das ist vielleicht auch ein Thema, vielleicht wenn man das ein oder andere miteinander verknüpft, dann kommt man da auf ein tolles Zukunftsbild und kann eine gute Vision und Nordstern für seine eigene Supply Chain Management Funktion, wenn ihr jetzt Führungskräfte zum Beispiel seid oder in einer Strategieposition seid, formulieren. Ich wollte euch wie immer mit diesem kurzen Einzel-Podcast, vor allem Solo-Podcast, euch einfach wieder ein bisschen zum Denken anregen. Danke fürs Zuhören und wie immer, weil ich sitze da noch auf einigen Produkten, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau, wenn die nicht verkauft werden. Ich habe hier Supply Chain Icebreakers rausgebracht für Seminare, Workshops, nette Karten zum Eisbrechen, habe mir wirklich Mühe gegeben, alles selbst designen, die Fragen selbst ausgedacht. Schaut doch mal rein, unten ist auch ein Link in der Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung. Vielleicht ist das was als Geschenk oder wenn ihr Führungskraft seid oder so, auch für Workshops, wie ich es gerade gesagt habe. Und zuletzt nutze ich ja diese Plattform des Supply Chain College auch immer gerne mal um anderen Unternehmen unbezahlt, das ist ganz wichtig, ja, ich verlange dafür nichts, weil auch die Plattform ist viel zu klein auch dafür und zu nischig, aber mir ist es ganz wichtig, ich habe nebenbei von 16 bis ich Anfang 30 war, meine ganze Weiterbildung bis zu einem MBA gemacht, alles neben der Arbeit, nebenberuflich. Und ich war letztens in Brüssel in einer ganz tollen Business School, die Flerig, sorry für die schlechte Aussprache, Business School mitten in Brüssel in der Nähe vom Bahnhof Brüssel-Nord und dort unterrichtet Pram unter anderem auch und das ist eine ganz tolle Einrichtung, die wirklich auf die Erwachsenenbildung spezialisiert ist. Ich mache euch da auch mal oder haue euch mal den Link in die Podcast und Videobeschreibung unten rein, wenn ihr euch weiterbilden wollt, ob es ein kleiner Kurs ist, ob es ein kompletter MBA, Master of Science, was auch immer ist. Wir haben ganz tolle Angebote für ein internationales Publikum. Ich werde da auch nach und nach mal vielleicht noch ein bisschen mehr Content zubringen. Sowas möchte ich unterstützen. Die Location war sensationell, dort hatten wir zwei Tage Workshop und auch Vorträge gehalten und das hat mich so beeindruckt, dass ich eben angeboten habe, dass ich hier und da mal jetzt bei ein paar Podcasts sie auch erwähnen werde, dass sie auch auf die deutschsprachigen Zuhörer, Zuschauer vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Reichweite gewinnen können. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wie immer ein Like da lassen, Podcast bewerten, das würde mir sehr helfen, in dem harten Wettbewerb von all diesen Social-Media-Kanälen weiter zu bestehen und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen und wieder zu begrüßen. Tschüss! Tschüss!